Hallo und willkommen zurück zu Unreal. Wir sind hier beim PluffEverSmoking. Heute kein Plan wo es lang geht, aber ich glaube ich weiß jetzt wo. Hier unten war man glaube ich noch nicht. Also hier ist dieser komische Zwinger. Ja, ich musste jetzt in der Abschnitt auch, das war gerade bei Xena, aber ich musste in der Abschnitt noch mal spielen, weil ich hatte einfach nicht gespeichert beim Letzten. Ganz ein bisschen seltsam. Jetzt gucken wir mal, wo es hier eigentlich hoch ist. Ach hier ist Abzweigung. Oh cool. Das muss man also erstmal finden. Das ist eigentlich nicht schwer, dass ich finde, aber total übersieden. Genau, ich müsste in der Abschnitt noch mal spielen. Auch waren nicht viel. Ich habe nur unten in diesem Katakombe. Der Nali, der macht ihm einige Katakombe auf mit Waffe. Das ist ganz schön. So, und jetzt nehmen wir sie mir mal. Oh cool. Oh cool. Wow, wow, wow. Oh. Okay. Okay, jetzt君. Ich weiß nicht. So, wie können wir das 흔�ido? Wie können wir jetzt eigentlich nicht zusammensivieren? Wir kommen jetzt herum. Wir müssen hier aber jemalige Nagiswaffen bewachen. Das sind ganz andere Ty번or, die immer bei einer Erlegtan wahrscheinlich. Ah nein, was soll ich jetzt geben? Cool. Wüsste ich gerade, dass das geht. Oh Gott. Ich hab schon wieder ergeben. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab schon wieder ergeben. Oh Gott. 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 Endlich. Ich saue in dieser wieder ein. So. Oh Gott. Hier gehts irgendwo lang. Ah. Okay. Okay. Ah. Interessant. Ah. Das ist... der Eingang hier. Alles klar. Gut. So. Okay. Da kommen wir hier runter. Das ist so. Klar. Okay. Jetzt gehts weiter. Ja. Und dann müssen wir noch gucken. Wo ist denn? Oh. Hilfe. Booth. Gefängniswerter Rang. Gefängniswerter Rang. Wir haben ein Mädchen vom Planeten Terra gefangen genommen. Einige meiner Soldaten wollten ein bisschen Spaß mit ihr haben. Hauptsache sie nehmen sich für ihren Stiefen und achten sie in die Eier getreten. Wahrscheinlich zu Recht. Gefängniswerter Rang. Doro schuldet mir 25.000 Gold Paras. Paras. Er ist miserabel im Todesknopf. Wie wenn sie beschimmeln ist echt leicht. Dann glaube ich es ist wieder Zeit dieses hässliche Mädchen von Terra zu verprügeln. Nichts zu fassen was Mädchen ist denn kommen. Einer von diesen nichtsnützigen Nali-Mönchen wie sie durch einen Tunnel geschleust haben. Du meine Scheiße. Oh. Der hängt so rum. Hey, hey, hey. Wow. Was ist das? Habe Vertrauen und weiche nicht von deinem Glauben ab. Nur eine Seele, die trotz aller Untertunungen dem Glauben treu bleibt, wird triumphieren, wenn die rettende Prinzessin von den Sternen kommt. Oh. Nein. Gut. Nein. So haben wir ihn. Gestern nachfällig mein Verstecker und schwamm durch die Rohre ins Gefängnis. Ein Nächster mit dort gefangen sei denn ein Zeugat bekam hier ein Stiefel ins Gesicht. Als er versuchte sich an sie ranzumachen. Ach, das geschah ihm recht. Auf Ausser und Unglöchter werden. Das kann ich nicht zu. Also ich will versuchen sie aus der Zelle hinaus durch den Geheimtunnel nach draußen zu schmügelen. Wenn es zum Einbruch der Dunkelheit kann sie sich in den Glockenform verstütteln, naja. Mir ist das, dass mich hier schon seit Monaten verstüttelt wie Skarch, die unser Kost übernommen haben, transportieren weiterhin seltsame mechanische Apparate mit Hilfe ihres Blitzschlittenes. Ich habe Angst, dass sie mich entdecken. What the frick? Okay. Hä? Was ist denn da hier? Okay. War doch aber... Ah, hier ist der... Ach ja, hier geht es jetzt komplett nur ohne. Okay, das ist nicht interessant. Interessant. So, hier geht es doch noch wohin. Upsa. Moment. Ach ne, da war mal her, komm mal alles klar. Alles klar. So, warte mal. Ähm. Tun nur, was ich selber speichere. Jetzt wird schon mal zu wenig gespeichert. Hm. Speichern wir jetzt zu viel. Oh. So lieb ich mir das. Schal da und die... Oh, hi. Mal gucken, wo wir da hingehen. Ich bin krank, habe ein schlimmes Husten, diese Zelle ist feucht. Ich hoffe nur, dass mein Bruder Kuhn entkommen in unserer Kindheitsversteckenden Abwasserkanäle finden kann. Ah ja. Das wird was gewesen sein, oder? Sorry. Ach, guck mal hier, hier gehts raus. Das ist mo geil. Immer kein Test, ne? Aber wir haben hier auch noch sowas egal gesehen. So ist gut. Hier ist nichts. Und da waren wir schon. Okay, 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 okay. Das haben wir gemacht. Das war das hier. Ähm. Ja. Mal gucken, wo es denn hin geht. Nicht nur so an. Okay. Ich bin zuerst mal nirgends, weil... Ich bin zuerst mal nirgends, weil... Das habe ich irgendwie... Hm. Ja. Ich habe gedacht, da gehts vielleicht raus. Ähm. Dann... Moment hier. Machen wir doch nicht. Oder? Doch, 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 doch. Dann kommen wir doch her. Ähm. Okay, dann... Geh hin. Dann was würde ich tun? Hm. Eigentlich nur so rum. Okay. Okay. Okay, tut gut. Aber... Ich habe mich jetzt nicht zu viel weiter gedrohen. Ich habe mich jetzt nicht zu viel weiter gedrohen. Das ist gesund. Oh, oh, oh. Ja, oh, oh, oh. Wir springen natürlich auf Gestein. Ach, der ist nicht gespeichert. Ich habe noch hier gespeichert. Ich habe noch hier gespeichert. Ach, hier jetzt. So, okay. Okay, 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 okay. Ähm. So, wo waren wir denn? Wo waren wir dann schon? Wir haben die Türen gekillt. Die Türen noch zu mir. Okay, das wird uns erklärt. Ähm. Okay, gut. Also, erst mal spielt die ganze Dinger. Jetzt nicht, ob das was bringt. Also, wir machen sie dann nur an. Äh. Wer ist das nun mal? Ähm. 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 Die Quartate sind viel, der ins Muster führt, mit einem Holz gekling zeichnet. So, dann wollen wir mal. Wo war das? Ähm. Wo ist nichts? So, hier sind wir herkommen. Oh, hier kommen wir wieder zurück. Okay, jetzt bloß da. So. Also, jetzt machen wir mal die... Tür aufmachen. Eif. Det니까 nicht, hierher werden. Hier werden wir noch mal. Hier werden wir brauchen. Oh, hier ist es noch mal. Hier ist es noch mal. Hier kommt er. Okay, da war das hier, wo wir nicht weiterkommen. Das ist okay. So. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, schon gab's hier noch mal was? Ich glaube nicht, oder? Ne, der da hängt so rum. Ach, der da gab's noch ein bisschen Muniz. Die greifen wir noch schnell noch mal ab. So, jetzt speise ich mal hier aber noch Muniz. So, das war nur Astrales eintauchen hier. Oh, ups. Wann ist das hier unten? Aha. Wann ist das hier unten? Aber hier unten geht's noch irgendwo weiter. Ist das hier nur da? Oh. 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 Oh, hallo. Earlier. Muss ich gerade sehen. Was ist das hier? Dann sehen wir uns halt gern wie hier. Das war's noch... Oh, das soll den nögen die überhaupt nicht. So, und auch an das hier habe ich 0,0 Erinnerungen. Oh, das ist ein Golfe. Holy moly. Geht's hier auch weiter, aber ich würd nur... Guck mal, nicht nur irgendwas. Und hier noch weiter müssen. Oh, guck mal, hier ist was. So, Sand. So, was machen wir hier? Oh. So. 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 Wirklich jetzt munteres. Ne. So, warte mal. Dann geh mal nur hier hin. Ne, nimm es was, oder? Nimm es was. 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 Ne. Nimm es was. Woah! Woah! Okay. Interessant. Interessant. Aber was bringt uns das? Oh, bist du hin? Ja, wo ist das? Da wollen wir nicht herkommen. Keine Änderung mehr. Was? What the frick? Okay. Schön. Kusser. Oh. Das sieht immer interessant aus. Früher, als die Level noch umfangreich waren. Ähm. Ne, was ist da noch nicht? Magnetschlösser aktiviert. Genehmlich von Captain. Duke Court. Im zwölften Haus. Duke Prevy. Magnetschlösser aktiviert. Das sieht net so aus, als ob das gesund wär. Bones. Bones. Hm. Guck. So, was machen wir hier? Können wir nichts machen. Das war bestimmt wichtig. Da müssen wir bestimmt hin. So. Gehen wir jetzt zurück. Oder wie? Wie? Irgendwie. Irgendwie. So. Fisch. Das habe ich. Fisch. 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 Hm. 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 Wieso? 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 Ich muss doch. Irgendwo. Hier. Wieso? Weiter gehen. Wir gucken mal wo ich hier hin komme. Kunde Dreck. Keine Dreck. Mhm. Ach guck mal und da hinten ist das andere Teil. Nur mal Ware. Interessant. Vielleicht müssen wir da nochmal zurück. Er ist auf die Sauer. Gute Viecher. So. Okay, ein recht umfangreiches Level. Müssen wir als erstes mal gucken, ob es hier weitergeht. Was machen wir aber erst beim nächsten Mal. Und bis dahin dann. Bye bye.